Hey, ihr glaubt nicht, was die letzten Monate mit mir passiert ist. Jetzt kann ich wieder hier vor euch stehen. Ich darf wieder gesund sein. Mir darf es so gut gehen wie noch nie zuvor. Meine Wunden haben durften heilen, aber nicht nur das. Ich durfte auch innerlich heilen. Als ich hier gelegen und mit Sachsen sie holen konnte, wusste ich nicht, was wir jetzt erwarten. Ich weiss ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so viel, was hier alles so passiert ist und gesagt worden ist. Aber eine Erinnerung habe ich noch. Die ist noch gespeichert. Ich bin am Boden gelegen, die Sachsen kamen und ich hatte keine Ahnung, was jetzt mit mir passiert. Nehmen mich die Sachsen gefangen, verhören sie mich, wenn ich noch irgendeine Information aus mir rausprüggele. Und dann lasse ich mich sterben. Oder nehmen sie mich gefangen und pappeln mich auf. Und dann haben sie mich als Sklave. Ich habe nicht gewusst, was wird passieren. Die Sachsen, sie haben mich aufgenommen und sie haben mich aufgepappelt. Der Medikus, er ist zu mir gekommen. Er hat mich gepflegt von dem Tag an, als ich in die Burg reingekommen bin, bis heute. Ich habe sehr, sehr lange geschlafen. Und als ich aufgewacht bin, da ist mein Sohn an meinem Bett gehockt. Und gleich daraufhin ist auch der Medikus gekommen. Er hat meine Wunden weiter versorgt. Und er hat es eigentlich gemacht, dass nur noch Narben an mir zurück sind. Und sonst darf es mir heute wieder gut gehen. Ich durfte gesunden. Und sie haben mich nicht als Sklave festgenommen. Nein, ich darf heute ein freier Mann sein. Ein freier Mann sein, weil ich darf äusserlich gesund sein, aber auch innerlich darf gesund sein. Wisst ihr, die Sachsen, die sind ein bisschen komisch. Weil die haben total anders reagiert, als wenn ich reagiert hätte. Wenn ein Sachsen mir in die Finger fällt, halbtot am Boden. Ich will euch gar nicht erzählen, was ich damit gemacht habe. Aber die Sachsen, die waren ganz anders. Die haben mich aufgenommen. Die haben mich geliebt. Die haben Findesliebe gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die ganze Burg angezündet. Das war nicht die einzige. Ja, mein Sohn und Erik haben das gemacht, genau. Aber es war nicht die einzige Burg, die ich angegriffen konnte. Ich habe noch viel, viel mehr Burgen angegriffen in ganz Sachsen. Ich habe plündert, ich habe erobert, ich habe getötet. Ich war der Find von den Sachsen. Und sie, sie nehmen mich einfach auf. Und das hat Fragen in mir aufgeworfen. Warum haben die das gekonnt? Warum können die ihre Finden lieben? Warum können die mich lieben? Ich, die ihnen alles zerstört haben? Und warum machen sie das überhaupt? Als ich im Bett gelegen konnte und nicht davon gehen konnte, haben sie mir biblische Geschichten erzählt. Ich musste ja fast zuhören, aber es ist irgendwie immer wie spannender geworden. Ich habe immer wie mehr zu verstehen. Wisst ihr, ich habe am Anfang von Jesus und so erzählt und ich habe gedacht, was soll jetzt das wieder? Ich wollte nichts davon wissen. Ich konnte dann auch zweifeln und dachte, ja, aber gibt es das überhaupt? Stimmt die Bibel wirklich oder doch eher nicht? Aber je mehr sie mir haben erzählt, habe ich merken, dass die Bibel wahr ist. Dass es den Jesus gab. Unter anderem auch dadurch, weil ich habe gemerkt, die Sachsen, die sind total anders. Und sie haben mir biblische Geschichten erzählt. Und zwei Versen, die sind mir besonders gut in Erinnerung. Die stehen nämlich im Johannes 3, Versen 16 und 17. Ich möchte euch die gerade vorlesen. Die sind mega wichtig. Dort steht, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes 3, Vers 16 und 17. Hey Kinder, ihr macht das schon mega gut. Weil ich habe gedacht, die zwei Versen, die sind so unglaublich wichtig. Die muss ich mit euch anschauen. Und die muss ich mit euch so anschauen, dass ihr alle, die jetzt hier inne sitzen, nachher raus geht und die Versen sind gespeichert da oben. Ihr habt es auswendig gelehrt. Wir fangen ganz vorne an. In der Schweiz, da gibt es ein Wörtchen. Das hat eine sehr grosse Bedeutung, auch wenn es nur zwei Buchstaben hat. Das Wörtchen so. Mit dem Wörtchen so kann man unglaublich vieles machen. Man kann zum Beispiel einen Besuch beenden. Ihr kennt es vielleicht, ihr sitzt am Tisch beim Besuch und dann sagt der eine zum anderen so. Und er weiss jeden, jetzt gehen wir nach Hause. Aber das Wörtchen so kann man auch noch anders brauchen. Das Wörtchen so kann nämlich etwas Unglaubliches, Herrliches darstellen. Die Kinder, ihr könnt zum Beispiel eurer Mami sagen, Mami, ich habe dich lieb. Und die Mami wird Freude haben. Aber ihr könnt auch sagen, Mami, ich habe dich so lieb. Und es drückt nochmal viel, viel mehr aus. Da hier im ersten Vers fährt es so an. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr, unbegreiflich fest, hat er die Welt geliebt. Aber wer genau ist denn die Welt? Die Welt, da leben wir drauf. Mit der Welt hier, da sind wir Gemeinden. Wir Menschen. Ich und auch du. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich glaube, das versuchen wir gleich mal miteinander aufzusehen. Der erste Teil. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sehr gut, noch einmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Aber wie sehr denn? So sehr, dass er sein einzigartig, sein eingeborenes Sohn hat gegeben. Das Wort, das hier steht für Eingeborene, ist im Griechischen das Wort Mono und Genos. Also einzig und artig. Gott hat seinen einzigartigen Sohn geschickt. Liebe Eltern, ihr habt vielleicht mehrere Kinder. Und ihr könnt die Kinder voneinander unterscheiden. Weil jedes Kind ist anders. Jedes Kind ist einzigartig. Im Charakter, im Aussehen. So wie es es sich gibt. Und genau gleich ist ja Jesus einzigartig gewesen. Aber Jesus war noch ein bisschen einzigartiger gewesen, wie wir Menschen. Weil Jesus, er ist Gottes einzigen Sohn gewesen. Aber Jesus, er ist auch Gottes eingeborenen Sohn gewesen. Also Jesus, er hat gelebt bei Gott, hat sich aber klein gemacht. Er ist auf die Erde gekommen. Und er ist auf dieser Welt geboren worden. Und noch mehr. Gott ist noch einmal, oder Jesus ist noch einmal einzigartiger gewesen. Weil Jesus, er ist 100% Mensch und 100% Gott gewesen. Gott hat seinen einzigartig, seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben. Hingegeben. Hingegeben bis in den Tod. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Darum sind wir heute alle zusammen hier. Und wir dürfen zusammen Karfrittin feiern. Wir dürfen daran denken, was Jesus für uns getan hat. Dass Jesus für uns ist im Kreuz gestorben, vor etwa 2000 Jahren ungefähr. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hat gegeben. Den und mich hat er geliebt. Und so hat er seinen Sohn gegeben. Liebe Kinder, vertraut ihr mir? Ja, nach dieser Woche müsst ihr mir ja fast vertrauen, oder? Ihr seht es hier, hier hängt ein Seil. Wer glaubt, dass er das Seil hält? Uh, ganz viele. Neil, du sitzt gerade unter dem Seil. Glaubst du wirklich, dass er das Seil hält? Ja. Also, probiere mal, daran zu hängen. Sarah, kannst du mich schon schnell hochladen, oder vom Stuhl her? Genau. Sehr gut. Sehr gut. Seil hat. Sehr gut. Neil. Er hat geglaubt, dass er das Seil hat. Er hat darauf vertraut, dass er das Seil hat. Und so hat er sich aufgemacht und ist dran gehanget und hat es ausprobiert. Neil, er hat den Glauben praktisch werden. Glauben hat nämlich immer noch etwas mit einer Handlung zu tun. Ich kann noch lange sagen, ja, ich glaube, dass er das Seil hat. Dann glaube ich das, ja. Aber ob er das Seil wirklich hat, das merke ich erst, wenn ich dranhänge. Also, auf Glauben folgt immer eine Handlung. Hier im Text heisst es, damit jeder, der an ihn glaubt. Es geht hier nicht um einen Glauben an ein Seil, sondern es geht um einen Glauben an Jesus Christus. Und wer an Jesus Christus glaubt, der wird nicht verloren gehen. Vielleicht kennt ihr das auch, ihr habt einen Schlüssel, einen Schlüsselbund. Und wenn ihr nach Hause kommt, dann ist dieser Schlüsselbund einfach irgendwo. Und wenn ihr weitergehen wollt, merkt ihr, mein Schlüssel, keine Ahnung, wo der ist. Mir persönlich, mir geht es manchmal so mit meinem Handy. Darum habe ich mir eine super Uhr gesucht, wo ich mein Handy anpinnen kann. Dort gehört niemand, wo es ist. Das ist noch eine Gebung und ich brauche das sehr oft. Wer an Jesus glaubt, der wird nicht verloren gehen. Nicht, nicht, nicht verloren gehen im Sinn von einem Schlüssel, den man verleiht hat. Sondern das, was hier beschrieben wird, das ist unglaublich tiefgehend. Weil das verloren gehen, das meint der ewige Tod. Die Bibel spricht auch von der Hölle. Von der Strafe, die wir Menschen tragen müssen, für das, was wir alles auf dieser Welt gemacht haben. Für jede noch so kleine Lüge gehen wir eigentlich verloren. Aber Jesus, er ist nicht gekommen, dass wir verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Kinder kennen, glaube ich, das Bild noch von der Kinderwoche. Ein herrliches Bild, oder? Jesus, Gott will nicht, dass wir Menschen verloren gehen, sondern dass wir gerettet werden dürfen. Dass wir ewiges Leben haben dürfen. Und Jesus sagt sogar, ich werde euch ein grosses Festmahl zubereiten. Vielleicht gibt es nicht nur süsses, vielleicht gibt es auch noch querbeet alles. Das, was ihr gerne habt. Aber eines weiss ich, das ewige Leben, das wird herrlich sein. Weil dort wird Frieden sein. Dort wird Harmonie sein. Hier ist sehr oft auf dieser Welt so das Umgezanken. Wir wollen Spielzeuge vom anderen und dann wollen wir anfangen zu schlagen. Wir zanken und es herrscht nicht Frieden. Aber das ewige Leben ist total anders. Wir werden dort ewigen Frieden haben. Und mit Gott am gleichlichen Tisch essen dürfen. Ein Festmahl dürfen haben. Unglaublich schön. Wir probieren mal, diesen Teil gleich zusammen aufzusehen. Ihr merkt hier, der erste Teil, der fehlt schon. Aber die Schweiz mit dem Wörtchen Sohn wisst ihr noch. Die Welt könnt ihr auch noch erahnen. Der eingeborene Sohn auch. Und Gott hat seinen Sohn gegeben für uns. Und der Rest steht dann hier. Wir probieren es zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir gehen noch weiter. Gott hat eine Botschaft gesendet. Nicht einfach einen Brief, den er uns geschickt hat, sondern Jesus selber als Person war die Botschaft. Und Jesus, er hat die Botschaft gelebt. Die Botschaft hat er gelebt bis in den Tod hinein. Bis in den Tod war er gehorsam am Kreuz. Ich muss sagen, für mich, Ragnah, ist das etwas vom Schwierigsten gewesen. Weil, das fällt mir unglaublich schwer, Gott gehorsam zu sein. Das zu tun, was er von mir möchte. Ich, Ragnah, ich habe ganz, ganz viele Fehler gemacht. Jesus kenne ich. Ich habe geplündert. Ich habe ausgeraubt. Ich habe die Burg anzünden lassen. Und eigentlich, da hätte ich einen Urteilsspruch müssen überkommen. Aber Gott hat sein Sohn nicht in die Welt geschickt, in die Welt geschickt, für mich zu richten. Wisst ihr, wer richtet? Mit diesem Hammer. Der Richter oder die Richterin, genau. Der spricht ein Urteil. Und wisst ihr was? Laut der Bibel habe ich, durch all die Sachen, die ich gemacht habe, den Tod verdient. Ich habe es verdient, dass ich auf ewig verloren gehe. Aber wisst ihr, was das Coolste ist? Jesus, er ist eben nicht gekommen, für uns zu richten. Sondern, er ist gekommen, für uns zu retten. Dass die ganze Welt durch ihn gerettet wird. Und genau das habe ich erfahren dürfen. Jesus, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Und so muss ich nicht sterben. Es gibt eine Geschichte von den Wikinger. Ein grosser Wikinger-Chef, so wie ich einen bin, ist mal mit seiner ganzen Truppe raus auf das Meer gefahren. Und auf dem Meer, da hat sie plötzlich einen Sturm überrascht. Der Sturm, Meterhöhe Welle. Sie konnten ihr Drachenboot nur ganz knapp haben. Die ganze Nacht lang hat es gestürmt. Sie haben Wasser aus dem Boot rausgeschöpft. Sie mussten schauen, dass das Boot nicht anfängt zu kippen. Aber sie haben es irgendwie geschafft, mit den letzten Kräften noch, das Boot die ganze Nacht über Wasser zu halten. Gegen Morgen hat sich der Sturm langsam wieder ein bisschen gestillt. Und dann waren sie dort. In diesem Boot drin. Das Meer war wieder recht ruhig. Aber sie hatten keine Ahnung mehr, wo sie waren. Durch das, dass sie keine Ahnung mehr hatten, wo sie waren, sie sind einfach ein bisschen herumgetuckert. Sie konnten ja nicht angeben und in eine Richtung fahren. Denn was wäre denn gewesen, wenn es die falsche Richtung gewesen wäre? Dann mussten sie vielleicht monatelang rudern, bis sie irgendwo an Land wären gekommen. Und so waren sie dort. Tag für Tag. Und plötzlich haben sie gemerkt, wir haben kein Essen mehr. Das Essen geht uns langsam aus. Und sie haben das Essen begonnen, zu rationieren. Tag für Tag hat es diese Menge an Essen gegeben für jeden. Aber gleich haben sie herausgefunden, das Essen wird immer weniger. Irgendjemand isst mehr, als die Portion, die wir eigentlich eingerechnet haben. Der Wikinger-Chef ist hergestanden und hat gesagt, dieser Täter muss gefunden werden. Und schon gleich hat man den Täter gefunden. Die Mutter vom Wikinger-Chef war nämlich auf dem Boot und sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Sie hat vom Vorrat gegessen. Sie hat geklaut und hat dort genommen für sich, was sie nicht hat dürfen. Die Mutter war schon alt und war schon ein bisschen krank. Sie wollte noch einmal die letzte Schiffsausfahrt machen. Und dann passiert das. Der Wikinger-Chef hat ausgesprochen, der Täter, der geschnappt wird, der soll mit 40 Pages heben, ausgepaget werden. Der soll geschlagen werden. 40 Mal. Und der Wikinger-Chef hat gewusst, meine Mutter überlebt das nicht. Aber jetzt hat er ein Problem gehabt. Auf der einen Seite ist er der Wikinger-Chef gewesen. Wenn er seine Strafandrohung nicht durchzieht, dann glaubt seine Mannschaft ihm nicht mehr. Aber auf der anderen Seite liebt er seine Mutter. Er kann doch nicht seine Mutter schlagen lassen. Das geht doch nicht. Er hat sich dann entschieden und hat gesagt, Mami, du musst an Schiffsmast stehen. Die Mutter ist hergestanden. Der Wikinger-Chef hat Peitschen am kräftigsten Wikinger gegeben. Der hat ausgeholt zum Schlagen. Aber der Wikinger-Chef ist schnell vor die Mutter gestanden und hat sie geschützt. Der Wikinger-Chef selber, er hat die 40 Schläge für seine Mutter auf sich genommen. Und hat die Strafe geträgt. So ist er vollkommen gerecht gewesen. Aber gleichzeitig auch vollkommen gnädig, weil er seine Mutter liebt. Und genau das Gleiche, das hat Jesus für dich und für mich getan. Die Strafe, die uns eigentlich treffen sollte, hat Jesus am Kreuz geträgt, wo er für uns an das Kreuz gegangen ist. Und darum darf ich Ragnah jetzt hier vor euch stehen. Äusserlich gesund, weil wir die Sachsen gepflegt haben, meine Wunden verbunden haben. Aber auch innerlich, weil ich Vergebung erfahren durfte, weil ich gerettet durfte werden durfte. Unglaublich schön. Aber wisst ihr was? Ich bin immer noch ein bisschen der Ragnah. Ich bin impulsiv. Und immer noch, wenn ich eine Sachse sehe, dann denkt sie mir, sofort gleich die Schwerte zu holen und die Sachsen müssen weg. Das kommt immer noch in mir hoch. Aber Jesus, er verändert mich immer wie mehr und wie mehr, dass die Gedanken nicht mehr so stark hochkommen. Er verändert mich, dass ich nicht so schnell auf 180 oben bin. Sondern er ist der, der jetzt in mir lebt und in mir wirkt. Und wisst ihr, warum? Kann ich nachher die Gedanken auch ablegen? Das ist darum, weil Jesus nicht gekommen ist, für mich zu richten, sondern für mich zu retten. Und darum kann ich jetzt auch durch Jesus, der in mir lebt, andere Menschen nicht richten, sondern auch für sie zu leben, dass sie gerettet werden können. Ihr seht hier jetzt ganz viele Symbole. Schaffen wir das, den ganzen Vers miteinander aufzusehen? Ja. Fix. Sehr gut. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Die, die auf den Bildschirn geschaut, haben noch ein bisschen bescheissen im letzten Teil. Jetzt tun wir noch ohne. Nur mit den Bildern. Das schaffen wir. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Die Welt. Johannes 3, Vers 16 und 17. Sehr gut. Die Welt, die und mich, hat er so fest geliebt. Ich darf jetzt ein neuer Mensch sein. Und das Gleiche wünsche ich mir für euch auch. Dass ihr auch dürft so ein neuer Mensch werden. Und seit ich Jesus in mir leben habe, dann will ich nie mehr von ihm weg. Und genau das wollen wir jetzt auch miteinander singen. Ich will nie mehr von Jesus weg. Und ich bete noch. Vater, ich danke dir vielmals, dass du deinen Sohn geschenkt hast, auf die Erde gegeben hast, für das wir gerettet werden dürfen. Wir hätten dein Gericht verdient, aber wir sind gerettet worden. Ich danke dir vielmals für all das, was du für uns hast. Amen. Amen. Vielen Dank.